Ich hab noch Buildstown schon, maybe sogar jemand. Hm? Es schadet mich, wenn du ein bisschen höher bist, sagt ich. Nice. Halt dich weiter links die ganze Zeit. Du darfst auch 16 gehen, alles gut. Uh, das ist jetzt hier... Das geht actually in deinen Taten. Weißt du, wo ich weit? Ja, ja. Aber trotzdem links bleiben die ganze Zeit. Die linkste Seite wird hier absolut der Zeit sein. Du hast auch noch genug Builds. Ja. 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 Du hast super viele Metal Wars auch gleich, wenn du Thresh'n'fehlst. Bei der Zone würde ich jetzt versuchen, Inside zu kommen, dann kannst du jemanden holen. Oh mein Gott, der nutzt mich. Ich kann nicht öffnen, ich hab verkackt, äh, voll zu stoppen. Pass auf mit mir dran. Oh Gott, hier bin ich nicht rein. Geheeper sein. Oh Gott. Cross Metal Wars. Okay. Einmal Half-Cuttle gleich. In der Box blaßen. Unvergleich auch so. Das ist ein Meister mit deinem Bild vergleich. Ich muss den Herdropfen in der Box. Was? In Sleepy geht's rein. Nein! Wie schlecht! Wie schlecht! Runter! 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 Das... Hier innen... Ich mach mal links zu, wenn ich da schon erreicht bin. Shit, ist auch hinter dir. Oh mein Gott. Ich wusste sofort, dass das war. Shit, jetzt kurz. Ich fahre die Ahnung, shit, dann. Ich weiß nicht, ich will noch rein, weil ich nicht bin. Nein, ich bin tot. Ich hab gechokt. Zu greedy. Nice. Und wo wurde ich da so fett gebeamt, Digga? Ja. Wtf ist das? Wtf? 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 Oh Oh What the fuck digger? Was passiert hier? Ich hab wieder ein...